Hallo und herzlich willkommen zur längsten Aufnahmesession von Civilization, Game of Swords, The Winter is Coming, es schneit, heute hat es hier wirklich geschneit ein bisschen bei mir. Ja, bei uns auch, ich hab, boah, nein, nein, einfach nein, ich brauch jetzt Frühling und Sommer, 30 Grad im Schatten, ich kann nicht mehr, ich mag keinen Winter mehr sehen. Das klingt jetzt falsch, wenn man schon wieder, The Winter is Coming, äh. Ich find das ja, also, ähm, ich find das ja beeindruckend, was sich, äh, Frauen, beziehungsweise junge Mädels alles so anziehen morgens, wenn es scheiße kalt ist, ich friere mir den Arsch ab und die laufen damit baufrei. Alter, ich denk mir so, boah, Mädels, ey, holy shit, ey. Äh, keine Ahnung, ey. Das geht schon, es kommt halt drauf an. Ja, ist auch mega gesund, ne? Da, davon mal abgesehen. Ne, es geht dann nur ums Hübschsein, dass man sich wohlfühlt. Also, es geht, es hat mal... Also, die, 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 die sich wohlfühlten, war, waren die Kerle, die hätte helllieben oder so. Ähm, es ist, äh, so wie zum Beispiel im Herbst, wenn es schon ein bisschen kälter ist, was dann auch noch gut geht, ist ein Rock mit einer, äh, Strumpfhose drunter und Overnight, also, äh, Overniesstiefeln oder so. So richtig hohen Stiefeln. Das kommt auch gut. Da, du, du, es gibt so Stellen, wo am Bauch, da merkst du die, die Kälte nicht so. Ich lauf nur, ich morgens um halb acht, morgens um halb acht aufrei durch Herfeld bei irgendwie vier Grad oder so. Ich bin bescheuert. Was ist, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Das musst du mir mal erklären, ey. Du kannst es ja sicherlich eher nachvollziehen, als ich, sag ich mal. Ich, äh, kann's verstehen. Oh, Mann, ey. Ich werde hier noch als gescheuert. So, du stellst dich mal hier hin und hältst hier Wache. So, ähm, hast du deinen, deinen Siedler schon bewegt? Äh, ja, ich versuch's. Aber der wird gleich sterben. Soll ich mal weiterfahren und scouten? Kannst du tun. Warte, ich will gucken. Ja, deswegen warte ich gerade. Okay, ja, ja, fahr weiter. Okay, jetzt. Oh, da ist eine Lücke. Ich seh eine Lücke. Weißt du? Soll ich mal reinfahren? Warte. In die Lücke? Na, will ich nicht reinfahren. Okay, es ist eine Lücke. Dann ist eine Lücke. Okay, warte, ich fahr weiter nach oben. Warte, warte, ich fahr. Oh, oh, oh. Oh, hier ist frei. Da oben, da oben, wo der Wald, da oben. Ja, das ist meine Stelle. Zwischen Pentos und Bra... Alter, das ist eine Armada, ey. Da musst du... Äh, warte mal. Es gab doch diesen einen Zombie-Film, wo die sich so Kettensägen anhand des Auto gemacht haben und durch die Zoffi-Massen gefahren sind. Den Film kenne ich nicht, klingt aber interessant. Das brauchst du ja auch, ey. Du musst da durchfahren, alles wegmachen. Ach du Scheiße. Ich möchte vermelden, Greywater Watch lebt noch. Ich bin tatsächlich überrascht, der ist... Ähm, was bauen wir denn hier mal Schönes? Ja, Militär, Militär geht. Militär geht doch immer. Ich werde jetzt hier aber auch mal ein bisschen meine Gebietsansprüche sichern, glaube ich. Das... Ja, besser. Ich kann ja hier so eine... So eine neutrale Zone einrichten. Das ist schon, Rob und du dir. Neue Aus, Alter. Aus, Alter. Das Lustige ist, ich habe gerade einen Plan gefasst, äh, in der Pause zwischen den Folgen. Und zwar, normalerweise ist ja in King's Landing die rote Festung, ne? Diese große rote Festung, die man ja kennt, wo der eiserne Drohne drin ist und alles. Das Geile ist, das ist halt ein besonderes Gebäude, was man bauen kann. Und ich werde ihm das jetzt klauen. Ja. Das klaue ich ihm. Oh, mir ist gerade noch eingefallen. Wenn ich das hinkriege, dann kriege... Oh, der ist uns vielleicht... Was denn? Er, 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 er erzählt, was seine... Er hat, er hat noch erzählt. Ich klaue ihm, äh, den eisernen Drohnen. Den baue ich in Winterfell auf. Winterfell, neuer Hauptstadt von West... äh, Westeros. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Was wolltest du sagen? So, okay. Ähm, mir ist gerade eingefallen zwischen Lorat und Bravos, ne? An der Küste. Da sind scheiße viele Barbaren. Also rechts von dieser Felskette. Links weiß ich nicht, aber rechts davon, da ist auch jedes Feld voll. Das wollte ich dir nur sagen, bevor du das hinsägelst. Ja, ich geh mal gucken. Ja, ich, ich, äh, scout ja. Äh, hinter dir ist ein Barbare, ne? Ja, ja, aber dann, dann werde ich wahrscheinlich, wie gesagt, mein Siedler wird wahrscheinlich jetzt gleich, äh, verschwinden. Ich werde den nicht los, ich kann... Ja, aber wieso kannst du da, kannst, kannst du da nicht mitziehen, mit, mit deinem Bannermann? Äh, ne, ich kann den nicht angreifen. Ne, nicht angreifen, auf deinen Siedler einfach draufziehen. Äh, das hatte ich gerade gemacht. Aber dann hätte der in der nächsten Runde den Bannermann gekillt, dann hätte er den Siedler so oder so gekriegt. Leider. Ach, scheiße. Ja, das war jetzt das Problem. Das war so ein Versuch. Ansonsten schicke ich dann nochmal was los. Aber ich sag mal so, die Truppen, äh, gehen nach Süden. Wenn man mal das Augenmerk, äh, auf die höheren, also auf die große Wiese neben Winterfell legt, die Truppen kommen gezogen in der Süden. Das ist schon, äh, ja. Ich bereite mich vor. Zack. Alter, diese Wand, ey. Welche Wand? Deine Soldatenwand. Ach so, ja, muss. Ich will Robert ein Zeichen schicken. Oh, oh. Ja, er hat's eingenommen. Was? Er hat's eingenommen, Greywater Watch. War zu erwarten. Ich hab, zum Beispiel, meine, meine eine Einheit, ne? Gegen diesen Reitertrupp, den er hat. No chance. Aber sind Bannermann nicht pekiniere? Nein, nein. Oh, scheiße, ich dachte, du hättest ein übelst ein Vorteil. Nein, sind's endlich. Belastend? Hm? Das ist leicht belastend, dass das nicht so ist. Ich dachte, das wär so. Weil Bannermann, Bannern, ne? Das sind doch quasi wie, wie, wie Speere so ein bisschen. Möchte man meinen, ist aber nicht so. Oh, er gibt mir... Oh, da sollte ich's gar nicht annehmen, den Vorschlag. Ich hab... Ich kann Pferde... Warte mal. Warte, 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 warte. Kaufen. Hab ich jetzt nicht die... Nein, ich hab das noch nicht gebaut gehabt. Ah, ich hab das abgebrochen. Ich bin so doof. Streitwagen. Der macht nicht viel Schaden. Sperrkämpfer müsste ich da, ne? Also, er hat ja nicht nur Reiter, sondern auch seine, seine Kingsguard-Dinger. Ja. Die sind verdammt stark. Oh, ich werd irgendwo angegriffen? Was? Robert. Nein. Weil der Iris wird vom Barbaren angegriffen. Ja, jetzt seh ich's auch. Das hat er eingenommen. Blub, das wird nicht lange gut, möchte ich mal sagen. Harrenhall. Hm. Okay, ich geh mal ein bisschen weiter scouten. Mhm. Ja, ist okay, da würde ich mich... Da würde ich versuchen, ruhig hinzugehen. Aber wie gesagt, äh, auf der anderen Seite sieht's ja echt böse aus. Ja, aber hier... Hier ist gut, ne? Also... 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 Also, ich sag mal so, hier, hier, hier kann man an Land gehen, ob das hier gut ist, ist eine Anto-Bracht, ja, aber... Aber, ne, kann man mal so an Land gehen, ne? Mhm, 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 mhm. In drei Runden kann ich die Burg bauen. Iiiiih, geil. Oh, dein Siedler lebt. Stadtzentrum. Der Siedler lebt. So, äh, kurz über der Targaryen vorbeischauen. Hä? Ich hab noch gar kein Stadtzentrum. Muss an der Stadt... Oder meinen die jetzt an die Stadt an... Alter. Meinen die jetzt an die Stadt an sich angrenzen, an die Stadt an sich angrenzen, ne? Vermutlich alter Wien. Das ist schon echt heftig. Also, ich muss mal gerade hier sagen... Warte. Warte los. Die macht hier den Staubsauger. Hä? Der Kontinent wird langsam sauber. Also, die rechte Hälfte, da... Ist langsam eigentlich... Kann man mal langlaufen, ohne... Ohne Angst zu haben, gleich von Wildlingen und hier, äh, weißen Wanderer platt gemacht zu werden. Also, sie flügt ja mit ihren Drachen sowas von durch, ey. Ja, das ist nicht gut. Es dauert zwar, aber sie kommt voran. Das ist nicht gut. Dann kommt die irgendwann zu uns. Hast du gesehen, was an der Küste da steht, bis sie da durch ist? Ach, komm. Das dauert noch. One-Hit für alle Drachen. Ja, äh, weiß wie, äh... Überleg dir mal, wie viele Runden sie jetzt gebraucht hat, um das da bei ihr zu clearen. Das wird doch hunderte Runden dauern, bis die auch nur ansatzweise da an der... an der Küste ist. Alter, selbst gegen die Kingsguard haben meine Truppen keine Chance. Die One-hitten mich, wenn ich die angreife. Mach jetzt kein Scheiß, ey. Wenn der mir den Krieg erklärt, kann ich ihn nicht aufhalten. Seine Truppen sind übelst OP. Rup, ich seh's doch. Ja, dafür können auch keine Siedler bauen. Hm, das ist egal. Mit den Truppen, die er hat. Was ist eigentlich hier mit seinen Kings Landing-Siedler? Oder sind das gar, gar keine Siedler? Die, einen, den er da hat? Ich seh's nicht mehr. Er macht damit halt nix. Hä, wieso seh ich nichts mehr? Ach, Dorn, kannst du mir was hinschicken, bitte? Äh, die Targaryen hat da ein Spiel und deswegen seh ich das noch. Äh, ich hab da nichts. Äh... Das Problem ist, ich kann die gar nicht mehr kombinieren, meine Truppen. Die nicht kombinieren. Na so zusammen und dann zusammenfügen zu Truppen und so. Kann ich gar nicht. Wieso geht das nicht? Weiß ich nicht, warum das nicht geht. Ich kann das nicht. Wenn ich die aufeinander klicken will, dann, äh... Ja. Ja, hast du das denn schon erforscht? Ha, das ist natürlich, ne? Willst du mich jetzt komplett verarschen? Was werden das? Alter, das darf... Äh, warte, 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 was macht der? Oh, scheiße. Ich mache nichts. Ich stehe nur da. Was? Ich bin im Ladebildschirm. Ich werde den Teufel tun als erster anzugreifen. Die sollen mich ja in Ruhe lassen. Ja, der umzügelt meine Truppen. Die stehen sich gerade gegenüber. mach keinen scheiß jetzt ich mag gar nichts ich stehe nur da hat sich ihr wurdet gewarnt er warnt mich schon meine truppen ziehen vorbei du kommst doch zu mir ja dann werfen wir einen wie 100 würfel auf was war jetzt beeinflusst du was hat es überreden manipulation manipulation ja stecken dann manipulieren verstecken das ist mein skill ich verstecke mich ihr werdet sich ja mit so vielen anleiten verstecken das ist so eine frage zack oder mal hier oben habe ich diesen bonus ja die würden selbst dort wo ich meinen bonus habe machen die mich weg ein klinger schränkt ihn auch schon ein klinger schränkt ihn auch schon Wie viele Millionen Einheiten du hast, ey. Das hilft nur gegen den gar nicht. Ey, wow, 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 wow. Alter, jetzt geht's ja mal los, ey. Das wird trennen, der Siedler. Ich muss ihn blocken. Block die. Lol, lol, ich seh's. Lauf. Nein, der will jetzt, der will jetzt da irgendwo noch siedeln, da links. Da sind sich zwei streiten. Freue ich mich, Siedler, gebaut sofort rüber. Au, hier, hier geht's schon los, rechts von Braavos. Einer roboten mag, ey. Das kann schon ein bisschen leid tun. Nein, tut's nicht. Nein, tut's nicht. Sehr beschuld. Alter. Ey, ich find das so faszinierend, wie, wie der einfach aufräumt. Naja, das macht sie gut. Wie viel, wie, wie, wie fährt sie jetzt gerade? Drei, sechs, ähm, acht, neun, zehn. Sie bleibt bei elf. Also, sie verliert jetzt nix mehr. Naja, jetzt hat sie wahrscheinlich wirtschaftlich so, aber wenn sie nächsten wirtschaftlichen Punkt kommt, dann... Nein, nein, hat sie nicht. Ach, den Backe. Ey, das sieht schon geil aus wie diese abstruchte Wand da schlägt, ey. Was, meine? Meine Truppe, oder was? Ja. Am Rande der Fluss lande. Kleinfinger, verpiss dich! Lauf, Siedler, laufen! Oh, das könnte... Das wird echt ein Foto-Finish-Wettrennen hier zwischen Kleinfinger-Siedler und Meinsiedler. Wo willst du hin? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich, äh, wollte ich ja dieses Baumwoll vollkommen machen, nur ich kann da irgendwie nicht siedeln. Ähm, ich bin überlegen, ob ich oben an das, ähm... Baumwolle? Wo ist das nicht? Weißt du, dass ich Baumwolle... Das ist Zuckerrohr. Baumwolle? Das ist Zuckerrohr, oder? Ne, ich meine unten, da wo die, äh... Da, wo er gerade draufsteht. Ah, neben war ich am überlegen, aber das geht nicht. Oh, oh, er bewegt sich. Da, wo er jetzt quasi... Ja, was der hat... Alter, was kommt mir jetzt als Anfang Robert? Oh, chill mal deine Balls, ey. Okay, okay, ich will das so machen, dass er oben nicht mehr durchkommt. Robert, den... Ähm, ja, klar, sagt er, Alter, du stehst an seiner fucking Grenze, ne? Das ist ja klar. Überdenkt, er betreibt Kriegstreiberei. Ich bin nicht im Krieg. Du bist im Krieg, du Depp. Ähm. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich hinziehe. Das wird Robert zwar nicht gefallen, aber ich muss hier jetzt halt dicht machen. Ja, Robert, dem gefällt gar nichts. So, so, guck mal. Ja, Robert. So, der geht nirgends wo mehr hin. Alter, was ist das denn, ey? So, Robert, ist vorbei jetzt. Ja, jetzt lass dich doch nach Hause, ey. Wer nachher ist nach Süden, kann er gerne rausgehen. Alter, was ist das denn für eine Wand, ey? Hier, nach Süden kann er gerne rausgehen. Da, verpiss dich. Und, ey, den Witteln lässt du halt auch nicht da oben siedeln, ey. Nein. Ähm, soll ich mal rechts von Bravos gucken? Kannst du gerne tun. Achtung. Bereit? Ja, guck mal. Wird sich lohnen. Warte, es geht auch weiter. Hier steht doch wer. Hier ist alles voll, auch ey. Okay, das Schiff, welche Wirt und Verlierer. Scheiß drauf. Ähm, also ich plane, meine Stadt, äh, ein Feld höher noch zu setzen, neben dem, äh, Fuchsvorkommen. Der Pedro hat dich gefallen, ist mir scheißegal. Da macht er mich halt weg, ne? Was soll ich machen? Ja, ich will mich genauso. Blub, ich stehe an deiner Seite. Danke schön. Ich hab halt nur Schiffe, ne? Ja, ich hab nur Landeinheiten. Also, ey, ich hab ein bisschen was. Ich kann ja, ich kann ja schon mal ein bisschen was rüberziehen. Ich hab hier noch zwei Armbrustschützen, die kann ich ja schon mal rüberziehen. Das ist ja nicht ein bisschen aufwendig, so, so viele Einheiten zu kulturieren. Doch, ist auch immer aufwendig. Ach so, wirklich? Aber er will von dem, also, er will von dem, äh, vom, vom Lannister keine Stadt, also, er, er könnte hier echt alle Städte einnehmen von ihm, aber er macht es halt nicht. Ja, wenn ihm der Krieg erklärt wurde, ich glaube, er will den Lannister gar nicht, also, er könnte da zwei Städte locker einnehmen von ihm, aber er macht es halt nicht. Stattdessen holt er sich den Stadtstaat hier oben. Ja, weil das eine strategisch gute Position ist, der Stadtstaat. Und das weiß er. Aber warum er sich die Twins nicht holt? Er baut halt echt nicht die Rote Festung, ne? Ja, gut, Kollege, dann gönne ich mir die, ne? Also, dann, äh, ja. Aber ist ja nicht mein Problem. Läuft, ne? Mhm. Kann man sich die irgendwo angucken? Äh, ich wollte an der Hauptstadt baue ich den dann. Fang ich jetzt gleich als nächstes an, hoffe ich doch. Müsste ich hier bauen können, theoretisch. Der will das nicht haben. Hä, wie ist denn jetzt zu mir hochgekommen? Er ist zum Pisser. Ich mag ihn nicht. Vielleicht überlebt das Schiff hier und ich kann mit ihm Richtung Karl Drogo fahren. Vielleicht lernt er dir ja eh mal noch mal kennen, bevor er rekt. Das wär schon cool, ne? Muss ja echt am Arsch sein, wenn der gar nicht zu uns rüberkommt, ey. Ne. Nicht mal ein Scout oder so. Er kommt halt gar nicht zu dem durch, ey. Das war echt alles. Das war echt alles. Hm, hm, hm. Wow, ich kann das nicht bauen. Das muss, kann nur in der Hauptstadt gebaut werden. What? Das ist assig, Freunde. Das ist billig. Das ist nicht billig, das ist realistisch. Das ist billig. Was passiert da nicht, wenn eine Barbareneinheit ein Schiff vernichtet? Da können ja nicht keine Zombies spawnen. Oh, mein Schiff ist tot. Ihr seid so viele Wichser. Wow, das geht so schnell. Ja, da steht halt echt viel. Auch Mariene, ne? Ey, ich mach dem halt selbst auf meiner Ebene oben kaum Schaden, ne? Selbst den Rittern nicht. Scheiße, ist der stark. Okay. Okay. Wo wäre es nicht so, ne? Das ist, äh, puh. Also gegen Robert, das wird echt noch... ...lustig. Da müssen wir echt definitiv mit zusammen und am besten noch mehr mit reinziehen. Oh, Temere ist expandiert. Sie hat einen neuen Siedler produziert. Oha. Ich überlege, ob ich mit der Oma jetzt auch noch ein Bündnis aus einer Allianz eingehe, dass die auch noch mitmachen würde. Also ich glaube, ähm, so langsam ist sie hier fertig. Sie hat hier fast alles weggeklatscht, ey. Mit ihren Drachen. Wie viele Truppen macht der mit? Der hat ne... Der hat ne Armee. Stufe 5! Boah. Okay, das ist ungeil. Wenn der die Truppen hier hochzieht, ne? Ungeil. Ich versuche mir gerade noch ein bisschen mehr Vision zu bekommen. Also ich sag mal so. Wenn wir Krieg gegen Robert versuchen, auf Höhe von Old Vic, also deiner Stadt, dieser Engpass da von dem Land, wo, also südlich der Fluss lande, so zwischen Greywater Watch und The Twins, da müssten wir ihn versuchen aufzuhalten. Wenn er breite Masse hat, dann wird's nichts. So wie jetzt. Das wäre jetzt zu breit gefächert, da könnte er so krass angreifen. Also ich gründe da, wo ich jetzt stehe, halt gleich eine Stadt, ne? Das ist super. Tu das. Wenn ich Greywater Watch einnehmen würde, was machbar ist, weil es noch keine Stadtmauer wieder hat, aber das Problem ist, er hat jetzt seine Truppen hier oben. Das ist nicht unmöglich, ihn da irgendwie wieder rauszukicken, aus der ganzen Geschichte. Seine Truppe oben, ich brüchte die Hälfte meiner Truppen, die oben stehen, nur um diese eine Truppe, die oben bei mir steht, aufzuhalten. Das ist übel. Ah, das sind schon King's Guard 2, das sind schon die besseren. Ja, und das ist so Stufe 2 und auch, also... Ja, ein Korb. King's Guard 2 Korb, das ist halt richtig mächtig, ey. Rennen nach links, okay. Was? Newgis, Krieg erklärt. Wow, ganz rechts unten? Krieg erklärt, wirklich? Wow. Okay. Ja, Lannisters haben den Stadtstaat, ganz rechts unten auf der Meppen, Krieg erklärt. Habt ihr gut gemacht, habt ihr fein gemacht. Hm, hm, hm. Meine Forderungen müssen erfüllt werden. Nein. Nein. Einfach abgelehnt. Abgelehnt. Meine Forderungen müssen erfüllt werden. Nein. Kleinfinger, also jetzt komm. Als ob du mir eine Forderung stellen kannst. Was für einen Höhenflug hast du denn? Lass ihn doch, ey. Tu das oder es gibt Ärger. Er kommt doch ran. Vielleicht gibt es Ärger. Richtig Ärger. Das hier mal. Aha. Ja. Gut. Wie sie auch nicht nach Karl Drogo geht. Dann will ich den ja auch kennen, ey. Sie geht immer genau in die andere Richtung, ey. Ach du Scheuer. Ja, alter. Die, 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 die trainiert über hier Drachen hoch, ey. Der hat jetzt auch noch gelevelt. Ja. Eine Drachenarmee Level 3. Mach ich sein. Und die Drachenarmee Level 1. Also einmal gelevelt. Das ist schlimmer als Robert. Das glaube ich. Also, wenn ich bedenke, dass jetzt in den 3, 4 Folgen diesen ganzen Klopat hier oben weggerotzt hat. Und hier unten auch alles. Das, 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 das würden wir, glaube ich, niemals schaffen, ey. Also, du vielleicht schon, aber ich nicht. Zack. Boah, jetzt ist, das ist schon hart, ey. Ich, ja, ich, ich, ich glaube, die, die fliegt jetzt bis nach Pentos durch und macht die alles weg, ey. Oh Gott, ey. Ja, Neustadt, äh, gegründet. Kommen sie rein, trinken sie Wein. Ach so, da war ich noch was. Bald, bald, gründe ich eine Stadt in Essos. Das wird dir sehr lustig, ey. Du bist ja echt mutig, dass du dir alleine rüber segelst. Aber wo willst du das denn da gründen, alleine? Äh, dort, wo gerade eigentlich der Speer steht. Der ist nicht mehr davon. Ja, aber der muss da weg. Ja, der muss von dem weg. Wie denn? Der, der, der kann nicht weg. Der unten sagt, es war halt so gut, er kann da nicht weg. Wow, wow, ey, Robert, du bist, du bist du nicht, Jod bist du. Weißt du, ich will meine Truppe rüber verlagern, damit er weg, ja, der stellt sich genau rein. Er hat gerade irgendwann, wie er den Krieg erklärt, ey, stopp, stopp. Ich, ne, ich nicht, gut. Aber er, er warnt nicht. Ähm. Was hat er gemacht? Ja, mich warnt er auch. Diplomatische Dienste erforsche ich jetzt, ne? Der hat halt schon echt scheiß viel Militär, ne? Das muss man auch so sagen. Wie sieht's denn aus? 1.472, der ist gleich bei 1.500 Militärstärke. Die hören auf. Ja, aber der hört auf. Der hört auf. Ja, das sagst du schon seit 1.200, dass der aufhört. Der hört nicht auf. Ja, zwischen 1.200, 1.500 ist jetzt nicht so, der hört halt auf. Das, das, das ist so. Vertrau mir. Okay, ich bin gespannt. Wenn er bei 1.600 ist, sag das nochmal. Ja, dann hört er bei 1.800 auf. Ja. Der geht halt nicht, der geht halt nicht über 2.000. Wenn der über 2.000 kommt, lache ich. Da hast du übrigens bei dir wieder einen Barbarenlager, ne? Wo? Das rechts auf der... Bei die Boden Motte. Ja, da rechts, das ist schon lange da, das ignoriere ich, ganz gekonnt. Ja, hier, hier kommt was. Hilfe. Jetzt ins Wasser. Alter, wie viel Speer hier sind, ey. Hm? Wie viele Speer das eine Lager pumpt. Ja. Da sind schon die ganzen Zombies. Wie willst du da was... Das geht nicht. Du kannst da nichts gründen. Sobald du an Land gehst, wirst du halt einkassiert. Du musst eigentlich eine Einheit mitschicken. Ja, das Gie hatte ich ja vor. Die war ja dann irgendwie weg. Du kannst da nicht gründen. Wie willst du das machen? Da ist alles voll. Ich... Es sei denn, der Ritter hilft dir jetzt irgendwie und du stellst dich dann dahinter. Aber wenn er weggräbt, bist du auch am Arsch. Wenn der Ritter noch eins vorgeht, klappt's. Also zwei vorgeht am besten. Ja, und wenn er dann umdreht? Dann hab ich ein Problem. Kannst du auf dem Stein gründen, ne, oder? Ne, ich glaub nicht. So, ich habe die... Dann bist du da... Ich habe die Wall of Defense errichtet. Wall of Defense? Warte. Guck mal, meine Wiese vor Winterfell. Ich bin grad wieder im Ladebildschirm. Wart ab. Die Wall of Defense. Ist das das Letzte, was man in dieser Folge sieht? Das ist das Letzte. Wir sind schon wieder mal eine halbe Stunde. Ich weiß. Da kommt der Ritterarmee. In der Forschung auch mal diese Armeen und fasst deine zusammen. Wow. Mace Raider, bist du sicher, dass du mich hier zu anpöbeln wirst? Sicher? Gib ihm doch einfach mal... Sein... Sein Siedler da frei. Dass er da siedeln kann. Nein, da... Er züchtet sich wieder sonst wohin und ich muss immer wieder auf den Rücken gucken. Ne, dass er mir in den Rücken fällt. So macht er nichts. Der war jetzt nicht ruhig. Ja, offensichtlich ja nicht. Er tut ja nur so. Er spuckt ja nur große Töne. Bist du eigentlich schon wieder da jetzt? Ne. Achso, du hast die Wall of Defense noch nicht gesehen. Okay. Ne, noch nicht. Könnte dir gefallen. Ich überlege etwas, was helfen könnte. Ja. Streitwagen. Schwerkämpfer. Ich weiß halt nicht, was mir noch helfen könnte dagegen. So, jetzt bin ich wieder da. Ähm... Schau mal, was haben wir denn hier? Als Fachfahrt. Ey, was... Du alles zusammengezogen hast. Hörst du deine ganzen Einheiten hier oder was? Hm. Ne, nicht alle. Pausen noch im Boden oben, die... ...halten Raider auf Abstand. Der Rest ist hier. Boah, doch die Fenster. Ja, was soll ich machen? Ich muss ihm ja schon alles entgegensetzen, wenn er hier ankommt. Aber das bringt trotzdem nichts. Das ist das Traurige. In einer Runde kann ich die Ritter... ...berittene Ritter... ...hätte ich vielleicht... ...ne Chance, wenn ich die... ...ja, schwierig. Ähm... ...der könnte das noch machen. Er könnte die Beine... ...er könnte die Beine eigentlich noch machen. Boah. Okay, ich bin gespannt, ob jetzt... ...jetzt noch nach der Runde... ...ob der Ritter jetzt noch ein Stück weiter treibt. Aber das wäre echt top. Weil das macht er nämlich gerade. Ich muss genau auf das Feld, wo er draufsteht. Er muss jetzt noch eins weitergehen. Das wäre super. Weil er kann sich nur ein Feld bewegen. Das heißt, wenn ich da dort... ...an Land gehe... ...muss er zurück. Das heißt, er kann sich trotzdem nur ein Feld bewegen. Das heißt, er steht genau auf meinem Siedler. Das heißt, ihm passiert nichts. Dann könnte ich das echt durchziehen. Er kann nicht auf deinen Siedler ziehen. Geht nicht. Das kann er nicht. Nein. Oh. Das kann er nicht. Dann müsste... Dann könnte er theoretisch auch nicht vorbei. Mal gucken. Doch. Weil er mehr Bewegungspunkte hat. Shit. Er könnte dich überspringen quasi. Na, mal gucken. Ich muss es probieren. Hat einfach. Dann kann ich Spione ausbilden. Ach, guck einer an. Oh, der arme Kleinfinger. Guck mal, ist hier da mit seinem Siedler. Und weiß nicht, wohin. Fühlt sich gemobbt. Ja, ich kann es nicht erinnern. Weil du lebst. Lass ihn doch da siedeln. Das will er ja nicht mal. Ich meine, als ob sich da zu viel drauf verändert, wenn er da so eine Scheißstadt hat, die sich eh nicht entwickeln kann. Dann kannst du alle noch mit runterziehen. Als ob der was macht. Der macht dann von dort aus wie der neue Siedler. Und zieht sich dann überall. Ja, und? Ich will nicht, dass die Wildlinge jetzt südlich der Mauer kommen. Diese Inselkette zählt dazu. Du bist doch überall. Nein, der kann ja noch weitergehen. Wo denn? Du hast doch den kompletten Dorn eingenommen. So, ich riskiere. Er kann rüber auf den anderen Konten. Ich riskiere es. Ich riskiere es jetzt. Übrigens, mein Siedler ist angelandet. Drück mir die Daumen. Nein. Ja, dann ist er jetzt weg. Nein, wieso? Ja, wenn direkt daneben eine Einheit steht. Ja, aber dann darf ich von dem Stadtstaat. Ja, aber die Barbaren greifen deinen Siedler an. Das ist ja klar, oder? Da ist aber kein Barbaren in Sicht gerade. Hä? Also, ich bin gerade im Ladebildschirm, aber war da nicht schwer? Nee, nee, der ist weggegangen. Sind beide weggegangen. Der Ritter hat die weggetrieben. Oh, gut. Ja, gut. Ich muss es jetzt mal versuchen. Kurz. Noch. Zum Ende der Folge. Das ist ja cool, wie es ist. Warte, ich will. Hm? Jetzt bitte. Ich will gar nicht wissen, wie spät es ist. 2 Uhr. Ach, die Scheiße. Aber an einem Freitag, liebe Zuschauer. Legitim, morgens Wochenende. Was soll's? Ähm. Ähm. Oh, tatsache, ja, das wird funktionieren. Die, die, die Stadt wirst du gründen können. Ich werde auf Essos übersiedeln. Ich werde auf Essos übersiedeln. Wuhu. Vielleicht nicht lange, aber ich hab's versucht. Ja, ich glaub, da bist du relativ safe. Ja, ich würde mich gerne mit der Sklavenstadt Bravos gut stellen, sag ich mal. Hilft dir eigentlich die ganze Zeit, ist das One-Stone, oder? Ja, muss ja, oder? Was meinst du? Ja, die, die, die ganze Einheiten sind ja nicht von Bravos, die sind von One-Stone, oder? Die, die helfen die ganze Zeit. Ja, Haus Reus. Ich glaub, das ist Lohr, oder? Lohr, äh, Lohr, nee. Lohr, das ist nicht. Die, 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 die kommen doch nicht von da hier rüber. Das ist doch Save One-Stone, oder? One-Stone? Haus, Haus Reus, ja, stimmt, ja, das ist One-Stone. Ja, ein gutes Bündnis. Dann danke ich vielmals. Ich kenn die nicht mal. Ich hab nicht nur nie mit denen geredet. Aber ist ja nett. Sehr sympathisch. Wenn sie sich jetzt noch helfen, Robert dann irgendwann in die Schranken zu verweisen, dann passt das schon. Bei dir steht ne Armee, ne Ritterarmee vor der Grenze. Und ein Ritter-2-Korb hat der auch schon, Ritter-2. Die sind noch mal stärker. Haus, Selmy wurde besiegt. What? Von wem? Ich hab keine Ahnung. Targaryen? Vielleicht. Ich hab nicht. Nein, glaub ich nicht. Die, 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 die ist, die, die ist da noch mit Zombies beschäftigt. Jemand hat dieses Bobanlager kaputt gemacht. jetzt werden ja schon wieder weiße Wanderung rum solang es kein T-T-T-T-T-T-Tank ist oh dann hab ich auch mit Tank ey also Drachen machen mit dem Tank kurzen Prozess hab ich gesehen ja ein Drachen so I'm alive ich hab's geschafft ich habe eine Stadt gegründet auf Essos die einsamen Hügel lonely hints Das passt schon mal Gut, dann spielen wir die Runde noch jetzt zu Ende Also wir bewegen alle unsere Eier Ja, ja, richtig, richtig Ich hab glaube ich schon alles jetzt, also mehr geht nicht So, was in deine Stadt, da ist er Alter, du hast ja gleich jetzt mal ein riesig fettes Gebiet, ey Wie du den Ritter voll in die Zombiehorn reingedrängt hast, ey Ja, ja Ein Smoker steht da Und da hinten steht ein normaler Zombie Alles okay Ja, ich denke, da könnte jetzt ein bisschen was ankommen Die sind jetzt sicherlich getötet Hä, wieso hast du da ein Bad Achso, den hast du ja gekauft, oder? Habe ich mir ja gleich gekauft, ja Als Schutz für die Stadt Ja, da wird das wahrscheinlich einiges von Süden ankommen Also nächstes Mal dann Dann hätte ich, äh, warte mal Dann habe ich mich doch kurz umentschieden Ich baue lieber die Stadtmauer erstmal Wäre jetzt nicht so verkehrt, eine Stadtmauer zu bauen Ja, hast du schon alles bewegt, Plump? Oder fehlt da was Ähm, ich, na komm, das Mir ist gerade eingefallen, ich könnte auch noch so Korps und so machen Aber das, das mache ich dann nächstes Mal, wenn ich dran denke Ja, ich bin fertig Gut, ich auch Dann Schön, dass ihr dabei wart mit dieser extrem langen Aufnahmesession Und, ja, wir sehen uns Ja, bis zum nächsten Mal, ja Richtig Bis dahin Tschüss Bye Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.